Was ist die größte Art, die sich am besten an Veränderungen anpasst? Wo ging es bei dir manchmal? Wo macht dir dein innerer Schweinehund einen Strich durch die Rechnung, obwohl er längst den Tatsachen ins Auge gucken sollte? Verändere dich mit der Umgebung mit, denn das ist die einzigste Möglichkeit für dich, wirklich langfristig im Leben Erfolg zu haben.